Kekse backen macht fast jedem Spaß. In diesem Fall schauen wir für die Promenade Buchautorin Jessica Reyes-Rodriguez über die Schulter. Die Spanierin, die in Emstetten wohnt, kann aber nicht nur backen, sondern ist außerdem noch Modedesignerin. Beide Komponenten sind in ihrem Buch vereint. Für Fotos der neuen Promenade gab es ein paar Kostproben in der Küchenabteilung vom Möbelhaus Debbeler in Fisbeck. Hier noch ein bisschen mehr Gas beim Lachen. Danke, habe ich.